Wundervoll! Und jetzt zwei Schritte zurück! Ihr habt einen von meinen Männern beleidigt, hm? Ja. Ihr habt ihm eins mit dem Gewehr über den Kopf gegeben? Ja. Was soll das heißen? Ja. Ja. Könnt ihr nichts anderes sagen als immer Ja? Ja. Aber manchmal schlägt meine Nase an wie ein alter Hund. Es liegt was in der Luft. Lass mal leben! Der ist spitze, fehlt mal!